Was ist Forum Desk? Das ist Forum Desk. Er ist eine Publishing-Plattform. Doch was bedeutet das genau? In Forum Desk können Sie Ihre gekauften digitalen Publikationen aufrufen, lesen und bearbeiten. Forum Desk ist wie ein Regal, auf das Sie auch mobil zugreifen können. Egal ob im Freien, Daheim oder unterwegs. Mit Forum Desk kommt Wissen überall an. St. St. SUR Kay. Mach. Vielen Dank.